Malst du schön? Ja. Macht das Spaß? Ja. Hallo ihr Lieben, ich nehme euch mal mit durch meine morgendliche Routine. Heute ändert sich ein bisschen was, denn der kleine Mann ist krank. Der ist zu Hause, er hat Fieber. Da hinten seht ihr den. Also schaut euch doch mal dieses Kunstwerk an. Gestern noch sauber gemacht. Was meinst du denn da? Was denn? Spiderman? Ja. Und heute morgen habe ich in der Kita angerufen und gesagt, dass der kleine Mann krank ist. Und dann sagte mir dann der Typ am Empfang, dann ist er ja heute schon der 30. Ich sage, wie bitte? Ja, sagt er, wir haben da gerade irgendwie so eine Epidemie. Ich nehme mich mal mit ins Badezimmer, weil ich mich noch zu Ende schminken möchte. Dann können wir nämlich weiterquatschen. Ja, meine Routine ist dann heute natürlich noch etwas andere als sonst. Normalerweise ist das immer so, wir stehen ganz früh auf. Also wenn Noah macht uns wach, wir brauchen ja keinen Bäcker mehr. Seit wir ein Kind haben, brauchen wir ja keinen Bäcker mehr. Der ist ja meistens so zwischen, ja mittlerweile um 5 Uhr. Zwischen 5 und 6. Eine Zeit lang war es um 4 Uhr. Das ist natürlich echt ein bisschen heavy. Dann um 4 Uhr im Wohnzimmer zu stehen und dann Fußball zu spielen. Yay, macht Spaß. Sonst sieht das so aus, dass wir den Kleinen fertig machen. Der geht dann mit dem Papa duschen. Und ich mache mich dann parallel fertig. Ich mache die Kindergartentasche fertig. Obwohl, der kriegt ja Frühstück im Kindergarten. Er frühstückt immer zu Hause. Ich meine, der ist auch relativ früh wach. Deswegen, er muss auch hier was frühstücken. Oh, jetzt ist es gerade ruhig. Moment, ich gehe mal kurz gucken. Ja, ich habe ihm gerade Kika angemacht, damit er auch ein bisschen Fernsehen gucken kann. Es ist jetzt auch relativ früh. Aber das ist auch bei uns, gehört das auch zur Morgenroutine, dass ich auch immer, morgens läuft bei uns einfach der Fernseher. Dann läuft da Kikaninchen und dann kommt da irgendwie Dino-Tabs oder was weiß ich, wie die alle heißen. Das werde ich euch auch gerne mal abdrehen. Aber es ist immer so hektisch morgens hier bei uns. Wenn euch das interessiert, mache ich das aber gerne. Ja. So. Dann noch ein bisschen Concealer. Ich gucke in letzter Zeit immer diese bescheuerten Facebook-Videos, wo die dann auch immer hier mit dem hier, das finde ich ja total witzig. Das mache ich jetzt auch immer am Neuesten. Dann male ich mir auch immer dieses Dreieckchen. und letztens war mein Mann, musste er noch irgendeinen Parfum oder irgendwas holen aus dem Bad und dann kam er rein und er sah mich dann so. Und dann sagte der, was ist das denn? Ist das jetzt neu? Gehst du so raus? Ich sage, nein. So, warte mal eine Minute, ist das wieder weg? Fand ich ja voll witzig. So, verteilen wir das auch mal schön. Aber das wirkt ja Wunder, diese Art von Schminken oder Contouring oder wie das auch heißt. Also, was es immer für Trends gibt, oder? Ist ja totaler Wahnsinn. Stell dir mal vor, du müsstest dich jeden Morgen so fertig machen, wenn du ein Kind in den Kindergarten bringst. Da kannst du aber auch um 4 Uhr aufstehen. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob wir das erkennen können, aber es ist jetzt besser. Es ist wieder ruhig. Moment, ich muss mal kurz im Brunzimmer gucken. Ja, wir gehen jetzt gleich raus. Wir gehen gleich teiter ab. Teiter. So, die Augenbrauen. Jetzt ein bisschen Mascara. Und zwar diese hier von Catrice. Ein schön offenes Auge, verklummt nicht, verschmiert nicht. So, seht ihr das? Ich finde das echt cool. Es ist ja mittlerweile halb zwölf. Und ja, der Kleine ist ja auch schon seit 6 Uhr wach heute. Der hat auch Neurofen bekommen. Jetzt werde ich mal ein bisschen mit ihm rausgehen, spazieren gehen, damit er einfach auch gleich richtig schön und frühzeitig schläft. Jetzt soll er ruhig auch mal seine 2 Stunden schlafen, um auch runterzukommen. Und ja. Mami ist fertig. 5 Minuten mehr Zeit gibt es nicht zum Schminken. Ich weiß gar nicht, wenn der kleine Mann da ist. Ja, was wollte ich denn erzählen? Genau, ich bin nächste Woche Samstag auf einem YouTube-Event eingeladen in Berlin. Darauf freue ich mich schon sehr. Mein erstes Event in diesem Sinne. Ich hatte schon mal eine Einladung hier für Köln. Da war ich auch gewesen, aber nur kurz und dann muss ich gestehen, ich war da so langweilig. Ich bin nach einer halben Stunde gegangen. Das ist so ungewöhnlich für mich. Ich kann nicht plötzlich von 100 auf 0 mich in so einen Kinosessel setzen. Das war eine Veranstaltung in einem Kino und da wurden auch verschiedene Filme vorgestellt und so weiter und jeder einzelne Teilnehmer musste auch einen Film einreichen. Das habe ich auch gemacht und die 10 Messen wurden dann gekürt. Ich weiß noch niemals, falls ich unter denen vielleicht auch gefallen bin, weil ich dann auch nur in einer halben Stunde den Geier gemacht habe. Ja, bin ich einfach gegangen. Ich hatte aber auch, muss ich auch gestehen, ein bisschen Sehnsucht nach meinem Baby. Ich muss sagen, der kleine Noah beschäftigt sich wirklich sehr, sehr gut. Ich habe ja so eine coole Holzeisenbahn, habe ich neulich bekommen, habe ich auch zugeschickt bekommen, so ein Produkttest. Damit beschäftigt er sich sehr, sehr gut alleine und ist auch ein schöner Lidschatten. Und das ist echt eine Erleichterung, weil er damit auch sehr kreativ spielen kann. Ne, Baby? Jetzt ist er hier, jetzt ist er hier unten. Sag mal, hallo Leute! Hallo Leute! Hallo Leute! Ja, von dem Noah kriegt er ja nie so viel mit, weil er ist ja oft verdeckt in meinen Videos. Aber das liebe ich ja übrigens. Er steht dann jetzt immer hier auf dieser kleinen Trittstufe und zerpflückt mir immer gerne meine Lidschatten und so weiter. Und ihr kennt das, wenn ihr dann so zerbröselt sind in dem Plastikteil. Oh, richtig super! Sollen wir jetzt rausgehen? Nein! Doch, wir gehen raus spazieren und dann machst du nämlich schön Haia, Haia und dann haben wir mal kurz einen Moment Ruhe. Ja! Nein! Doch! Nein! Nein, Mama darf keine Ruhe haben. Nein! Doch, wir gehen jetzt tighter und Mama muss noch ein bisschen einkaufen. Ich brauche noch Klarspüler und ich brauche noch irgendwelche anderen Sachen. Was sollen wir einkaufen? Einkaufen! Eis! Eis! Habt ihr das gehört? Eis! Oder wenn er mal nachts wach wird und dann weint und dann frage ich ihn, möchtest du mitten Mama und Papas Bett? Nachtt ihr dann? Nein! Kuchen! Eis! So, jetzt heißt es Schuhe anziehen, Stiefel anziehen, Mütze anziehen. Immer voll der Akt. So, da ist der kleine Mann. Ist noch schön am Wasser trinken. Die habe ich gerade nochmal ausgefüllt, bevor wir rausgehen. Jetzt wird wieder hier rumgeeiert und rumgehampelt. Das ist übrigens meine neue Wickeltasche. Video dazu kommt, noch eine ganze Kürze. Die ist eine richtig, richtig geile Wickeltasche von Jujubi. So, jetzt heißt es Mama übernehmen, Stiefel anziehen, Jacke anziehen, Schuhe anziehen. Ja, und wie das halt so ist, der kleine Mann, der sagt auch mittlerweile, was er anziehen möchte und was nicht. Jetzt wollte er nicht die Stiefel anziehen. Jetzt habe ich ihm seine Adidas-Schuhchen angezogen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Meine ganz normalen Schuhe und er wollte seine Affenjacke anziehen. Diese Jacke mit den Äffchen. Ja, weil er hat eigentlich eine dicke, fette Winterjacke, aber die wollte er jetzt nicht anziehen, möchte jetzt die anziehen. Das ist aber eher so eine, ja, so eine Übergangsjacke. Aber heute ist es nicht ganz so kalt und ich gehe jetzt auch direkt in so ein Center und das ist ja auch alles überdacht und warm. Dann passt das schon. Ich denke, er wird jetzt gleich einschlafen. So, wir sind jetzt draußen. Der kleine Mann wird jetzt ratzen. Relativ schnell ist es heute auch recht mild, muss ich sagen. Ich möchte den Lutz auch ausziehen. Ja, es ist ein anderer Tagesablauf als sonst, den ich sonst habe. Sonst arbeite ich und schneide, drehe Videos für euch. So, jetzt komme ich an eine Ampel. Ich lege euch mal kurz weg. So, wir sind jetzt im Foodlocker. Der kleine Mann braucht neue Schuhe. Und jetzt fuhre ich gerade nach einem neuen Paar in Größe 26. Sie sind ja wohl voll geil, ne? Süß, ne? So, jetzt sind wir hier gerade im Deichmann. Ich suche nach neuen Hausschuhen für den kleinen Mann. Weil seine jetzigen Spiderman-Hausschuhe sind jetzt so klein und er braucht neue. Aber auch hier wieder, nein, das mag ich nicht, das mag ich nicht. Jetzt habe ich hier voll die coolen von Elefanten. Einmal habe ich die von Elefanten. Sie sehen cool aus mit Hamlet und Fußball. Und hier, so, denke ich mal, von der Eigenmarke von Weichmann mit Star Wars. Und natürlich muss ich dem kleinen ja irgendwas in die Hand drücken, damit ja ruhig ist. Star Wars mit BB-8s geworden. Wir gehen jetzt mal eben schnell bezahlen. Und, achso, da habe ich noch für seine Stifte noch ein Atelier gekauft. Cool, ne? Mit Darth Vader. Der fährt ja so auf Star Wars ab, mein Gott. Aber ich werde ja auch überall umzingelt von Elsa. So, der kleine Mann ist endlich eingeschlafen. Hier ist Reges Treiben im Center. Ja, ich werde jetzt mal kurz nochmal reinspringen in den WM und ein bisschen Klarspieler kaufen. Im Rewe war ich gerade auch schon, hatte nur ein bisschen Hähnchenbrustfilet gekauft. Hatte ich, glaube ich, gar nicht mehr zu Hause. Und dann werde ich nachher schön was leckeres, low-carb-mäßiges zu essen kochen. Ja. So, ihr Süßen, wir sind wieder zu Hause. Ja, eine Stunde später praktisch. Jetzt ist es 2 Uhr. Und der kleine Mann ist wieder wach. Der hat jetzt knapp eine Stunde geschlafen. Noch nicht mal. 40 Minuten, glaube ich. Ja, ich war noch in der Apotheke. Habe noch das hier geholt. Für Noah Hautrohe von Eubos. Er neigt hier immer so zu roter Haut. Und ja, hatte er schon von Baby an. Habe einiges ausprobiert. Aber da muss ich sagen, das ist echt die erste Creme, die wirklich mal seine Haut beruhigt. Wie der Name schon sagt, Hautrohe. Kann ich euch auch gerne verlinken, wenn ihr wollt. Und ich habe noch in der Apotheke Prospan für Kinder gekauft. Das finde ich auch richtig cool. Ah, guck mal. Bei mir ist Spiderman. Habt ihr den gesehen? Da ist der Spiderman. Zeig das mal. Ja, halt mal richtig hoch. Wowi. Und jetzt dreh das mal. Wowi. Ist das schön? Ja, Mann. Willst du das anziehen? Ja. Ja, der kleine Mann will das anziehen. Aber das ist ja eigentlich für Karneval gedacht. Naja, man muss ja zumindest mal gucken, ob das passt. Habe ich ein Gruß von 104 gekauft. Witzig, ne? Er hat das sogar von Weitem gesehen. Der hat ein bisschen zu wenig geschlafen, der kleine Mann. Normalerweise kann ich ihn richtig gut aus dem Baggi raustragen und in sein Bettchen legen, aber es hat heute nicht geklappt. So, jetzt seht ihr mich besser. Ja, ich habe immer hier so eine blaue Ader. Seht ihr das? Muss ich immer mit einem Concealer verdecken. Okay, ich werde mal den kleinen Mann in Spiderman verwandeln. Er ist schon hinter mir, ist schon ganz aufgeregt. Und er kann es kaum erwarten, sich zu verwandeln in Spiderman. Freust du dich nur? Ja! Papa ist arbeiten. Ja, Papa ist arbeiten. Kaputt. So. Niemals kaputt. So, und jetzt musst du hier... Guck mal, der hat sich ja... Mach mal, mach mal einen. Captain America ist kaputt. Captain America ist kaputt. Schatz, halten wir halt dich weg. Ich kann reparieren. Ich kann reparieren? Ja. Oh, lala. Boah. Das ist ja voll cool hier. Du bist ja gut. Die Süßen, ich habe gerade einen kleinen Jungen total glücklich gemacht. Das war noch so ein Highlight, was ich gerade gekauft habe. Spiderman-Kostum. Meine Güte, meine Güte. Übrigens, ich finde das voll cool, dass ihr mich heute mal begleitet. Das ist jetzt mal ein richtiger Vlog. Was machst du denn da? Töpfchen? Nein. Der hasst es, aufs Töpfchen zu gehen. Leute. Meine Schuhe. Meine Schuhe. Ja, deine Schuhe. Also, bei uns zu Hause wohnt Feuerwehrmann Sam. Hier wohnt Elvis. Hier wohnt Spiderman und ganz Star Wars. Ja, also der ganze Todesstern und sämtliche Space Shuttles wohnen hier. Da vorne. Da ist er. Der kleine Spiderman. Der rennt hier seit Stunden schon mit diesem Ding rum. Zwischendurch wechsle ich eben nur die Pampers. Aber ich muss wieder diesen Overall anziehen. Mit der Mütze. Das ist total irre, oder? Das ist total irre. Aber ist ja auch schön. Ich meine, in Mädchenhaushalten findet man bestimmt auch ganz, ganz viele Elsass. Da bin ich mir ganz sicher. So, ihr Süßen, ich habe jetzt gerade mal das Fieber noch mal gemessen, weil er fühlte sich da so warm an. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Es ist mal wieder soweit. 39,3. Das ist ja dieses coole Thermometer, wo ich einfach nur draufdrücken muss. Eine Sekunde habe ich die Temperatur ermittelt. Und ich messe ja immer dreimal. Also es war jetzt zweimal 39,6 und einmal 39,3. Und ja, es ist für mich halt immer der Mittelwert. Möchtest du ein Brötchen haben? Okay, Habibi, hole ich dir. Ich habe ihm jetzt noch mal nur aufhin gegeben. Also die Höchstdosis habe ich jetzt schon erreicht. Es ist 16.35 Uhr. Mehr darf ich ihm jetzt nicht geben. Und also soweit geht es ihm ganz gut. Aber trotzdem 39,5 oder 39,6 oder whatever. Ganz ehrlich, da kannst du mich ins Krankenhaus bringen. So, ich mache dem Kleinen mal kurz einen Toast. Mein Baby. Ich mag das nicht. So, der kleine Mann muss viel trinken. Das ist das Allerwichtigste. Viel Wasser trinken, mein Fieber. Mal schnell hier auffüllen. Nee, ich kann das ja gar nicht ab, wenn der Kleine irgendwie Fieber hat. Warte mal, ich zaufe ich das mal eben. Willst du was trinken, Noah? Ja. Hier, bitte, Habibi. Danke, Mama. Bitte, Habibi. Trink mal schön. Nein. Trink mal schön. Ganz viel Wasser trinken. Lustig, ne? Der Sixpack hier. Jetzt habe ich im Hintergrund Kika laufen. Das seht ihr jetzt, ne? Er muss einfach sitzen bleiben. Denn vorhin hat das nur, wo wir ihn ja fantastisch gewirkt, heute Tagsüber. Was haben wir hier gemacht? Er wollte ja Fußball spielen. Er wollte alles machen. Hin und her gerannt. Und in seinem Spider-Man-Kostüm hat er seine Superkräfte entfaltet. Er ist direkt in die Rolle geschlüpft von Peter Parker als Spider-Man. Er ist total ausgeflippt. Ja. Und siehe da, jetzt liegt er wieder etwas flach. Deswegen das Beste, was man machen kann. Weil wenn man krank ist, das gilt nicht nur für uns Erwachsenen, auch für uns. Für die Kinder schön vor den Fernseher muckeln. Ja. Was macht ihr denn so, wenn die Kinder Fieber haben und sich nicht so viel bewegen sollen? Ich glaube, ihr kennt das Problem auch, dass wenn ihr den Kids was gegeben habt, dass die dann total aufdrehen. Als wäre nichts gewesen. Ja. Hm. Ja, Gedanken einer Mama, ne? Da ist der Baby 8. Hier. Guck mal. Und deine Schuhe. Da ist Baby 8. Und da ist Baby 8 auf deinen Schuhen. Zeig mal, zeig mal. Boah, voll coole Star Wars Hausschuhe. Der läuft hier rum. Das ist so witzig. Den ganzen Tag als Spider-Man. Iron Man. Iron Man. Und wer ist das noch? Wer ist da noch drauf? Das ist ein Penis. Spider-Man. Spider-Man. Und Hulk ist auch noch drauf. Hulk. Ja, guck mal, das Spider-Man. Ganz cool. Zeig. Kann man anziehen. Kann man anziehen. Ja, zieh auf. Ja, das machen wir ab. Mama, wir machen das Herben. Abschneiden? Ja. 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 Muss Mama aber erst mal in der Waschmaschine waschen. So, jetzt hat der kleine Mann gewünscht, dass er sich doch mal diesen Pulli anziehen darf. So, jetzt hat er da seine Freunde drauf. So, der Wahnsinn heute hier. Also, komplett Marvel, Disney, keine Ahnung, was hier los ist. Hauptsache, dem Kleinen geht's besser. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt erkennen. Ich hab das jetzt so eingestellt, dass ich den Herd hier habe, weil wir kochen jetzt zusammen und ich werde jetzt für meine Family, für meine Jungs was zu essen kochen. Und zwar gibt es Hintenbrustfilet mit, mal gucken, was ich noch für Gemüse habe. Also, Paprika, Spitzkohl, Kohlrabi. Die Blätter sehen nicht mehr ganz so toll aus, ne, deswegen werde ich die heute nicht mitkochen. Aber sonst, diese Blätter stecken sonst voller Vitamin C. Eine Zucchini und eine Aubergine habe ich. Und falls ihr euch wundert, der Noah, der isst komplett alles an Gemüse. Also, der isst auch Guacamole, Avocados, also alles. Das hat er auf den Anfang an gemacht, weil was anderes gibt's ja nicht zu essen. Also, ich mach jetzt hier nicht extra eine Portion Pommes oder sowas. Sowas mag ich nicht zu Hause. Wenn wir unterwegs sind und er hat Bock auf eine Pommes, dann gibt's draußen eine Pommes. So, und jetzt ist die große Frage, was mach ich jetzt daraus? Es ist immer ganz spontan, was ich mache. Ich mach mir da keine Gedanken. Ich guck mal, was ich da habe, schnibbel das zurecht und dann entsteht einfach immer ein Essen. Es ist auf jeden Fall immer ziemlich low carb. Wir ernähren uns eigentlich immer nur zum Frühstück, Kohlenhydrat bewusst und danach, ja, zum Ende des Tages wird's dann halt weniger an Kohlenhydraten. Das ist eigentlich bei uns Dauerzustand. Also, es sei denn, wir gehen mal irgendwie essen oder sowas und dann hat ja Noah seine Pommes und dann stibitzen wir uns seine Pommes auch schon mal. Also ein paar davon, ist ja ganz klar. Oder wir bestellen uns schon mal eine extra Pommes dazu, weil wir lieben ja auch Pommes, so ist es ja nicht. Aber es ist auf jeden Fall immer sehr, sehr low carb bei uns. Und wenn wir Kohlenhydrate abends essen, dann immer in Form von Wildreis irgendwie oder Kartoffeln oder so. Okay, ich fang mal an. So, ich fang mal an. So, ich fang mal an. Bis zum nächsten Mal. So ihr Süßen, ihr seht, das Ding ist randvoll. Es ist ja echt so ein rohes Blech. Ihr wisst auch, ich koche meistens immer für zwei Tage eigentlich. Das ist meine Regel. Ja, und jetzt kommt da noch Matsula-Kalmöl mit drauf, weil das ist ja auch hitzebeständig. Ganz wichtig, damit es keine Bauchschmerzen gibt. Und ganz wichtig, my favorite Gewürz, seit einiger Zeit Estragon. Habe ich nicht mehr frisch gehabt. Das duftet herrlich. Jetzt wird Zwiebel geschnitten und dazu kommen noch heute ausnahmsweise mal statt einer Knublauchzehen 2 rein. Zwiebel. 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 habe, dann sieht man danach gar nicht, dass ich gekocht habe, egal was ich koche, weil ich muss bevor ich esse, dass die Küche wieder blitzeblank haben. Also so spätestens so den letzten Rest räume ich dann auf, wenn wir gegessen haben, aber sonst im Grunde muss das immer ganz viel Coubello sein, da habe ich voll die Macke. So und jetzt werde ich noch ein paar Pienekerne anrösten, weil die gehören bei uns immer fast täglich dazu. Die Hähnchenbrustfilets, die sind jetzt von beiden Seiten scharf angebraten und dann werde ich die jetzt in den Backofen mit dazu geben. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, die Sauce Bérnaise doch zu nehmen. So viel zum Thema Low Cup, aber jetzt passt mal auf, ich nehme die Hälfte davon, werde sie verdünnen mit Milch und dann hier mit innen auf die Hähnchenbrustfilets geben, in die Pfanne und dann kurz aufrechnen lassen und dann gieße ich das Ganze auf das Blech. Das Essen ist, denke ich mal, so eine halbe Stunde fertig. Dem kleinen Mann geht es da vorne auch ganz gut. Ich muss immer darauf achten, dass er viel trinkt, weil Wasser senkt natürlich auch das Fieber. Ich muss auch jetzt noch ein bisschen was trinken. Ich habe heute noch nicht mal zwei Liter getrunken. Ja, ich werde jetzt noch mal Gas geben. So ihr Süßen, jetzt ist die Küche wieder blitzeblanke und jetzt werde ich mich gleich wieder meinem Baby widmen. Das ist der Vorteil, wenn man für zwei Tage kocht, da hat man mehr Zeit fürs Kind. Ich habe auch schon ganz dolle Hunger. Ja, jetzt wird natürlich der Feuerwehrmann Sam, der gerade von das Parlament zu Feuerwehrmann Sam transformiert, jetzt wird er hier den Brand löschen, weil hier Qualm aus dem Backofen kam. Ja, mein Schatz, möchtest du Pinienkerne essen, Habibi? Bitte schön, Noah. Danke, Mama. Bitte, Habibi. Danke, Mama. Ja, mein Schatz, lass es dir schmecken. Ja. Liebst du Pinienkerne? Ja. Mit Finger essen. Mit Finger essen, ja, das darfst du. Schmeckt es gut? Ja. Und Mama auch? Ja, danke schön, Mama auch. Mh, danke, Noah. Mh, lecker Pinienkerne. Der Kleine ist so süß, immer wenn er was trinkt oder was isst, dann sagt er immer, je nachdem wer gerade dabei ist, Papa auch oder Mama auch oder egal wer. Ja, teilen, ne, Sharing, ganz wichtig. So, ihr Süßen, ich werde euch gleich nochmal die letzten Sequenzen vom Abend einblenden. Wir werden gleich zu Abend essen, Daddy kommt auch gleich und ja, dann bringen wir nachher den kleinen Mann ins Bettchen und dann werden Mama und Papa vielleicht ein bisschen Zeit für sich haben. Okay. Ja, das ist nun mal ein Tag im Leben einer Mama, wenn das Kindchen krank ist und wie das so abläuft. Ja, weil ich halt immer so Mitleid habe mit dem kleinen Mann, denke ich immer, wenn ich mir jetzt ein kleines Geschenk mache, geht es ihm ganz gut. Deswegen hat er heute sein Spiderman-Kostüm bekommen. Siehe da, er entfaltet totale Superkräfte und rannte hier rum, als wäre nichts gewesen. Da können wir Erwachsenen uns echt was von abschneiden. Ja, es ist so dieses intuitive und impulsive, was die kleinen Kinder noch in sich haben, ohne nachzudenken. Und die sind dann einfach eine andere Person und haben auch dementsprechend keine Wehwehchen mehr. Ja, und wenn man so einfach durch den Tag geht und sich einfach mal ab und zu bewusst wird, was für Kräfte und Stärken wir in uns haben, dann lassen wir uns vielleicht gar nicht so schnell von Kollegen oder von anderen Leuten, die uns blöd kommen, mobben oder irgendwie ärgern. Und dann, ja, mehr nach Kreativität und Herausforderung streben und einfach das innere Kind in uns nochmal aufblühen lassen. Das darf man nicht vergessen, denn wir haben alle Superkräfte. Ja, wir haben einen Spiderman. Wir haben einen Spiderman zu Hause. Richtig. Voll cool. Macht's gut. Grüß Sie. Grüß Sie.